Sooo, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play, es bin das Herr Blackmist mit dem Daniel alias Currywurst und meine Wenigkeit, guten Tag. Je nachdem, boah, guten Abend, je nachdem wann ihr das guckt halt. Boah, schon mal frohes Ostern, frohes neues Jahr, wer weiß wann ihr das guckt, ne? Alles hier Schmackssache. Ja. Hallo. Boah, sind wir zwar bescheuert, der Ehrliche. Pass auf, da hinten ist einer. Wo? Der steht da. Ich wünsche. Oh, der kommt, warte, warte. Nimm den Typen mal und schmeißen in die Mülltonne rein. Toll in die Mülltonne geschmissen, ey. Nee. Boah. Nee, ne? Alter, jetzt. Geiles Schmackssache. Ich schille an der Mülltonne, Alter. Oh man, jetzt ist der dahinter gefallen. Ne, doch nicht. Oh, wie geil das. Ja, meine Wurfkünste sind... Vorsicht. In der Taste. Soll ich da bitte hier machen? Pass auf, die Linie. Die gute alte Bettelfield-Gewohnheit. Ja. Wird hier sonst noch was in die Luft fliegen? Hab den Akten-Schrank gefunden, aber ich suche ihn. Lügt die Waffe und Modell stimmen mit dem Fahrzeug des DCS-Agenten überein. Müsste mal gucken, dass wir die beiden gleich wieder wegkriegen, ne? Verstehen hab ich schon. Den anderen, den kannst du über diese Beton... Du hast ja gesehen, rüberziehen. Mit E. Oh ja. Ne, ich sag ja noch. Blink! Jetzt hab ich die Tür wieder zugemacht. Den, den du rübergezogen hast, den Halk schon runtergeschmissen, die Klippe. Ach so. Aber nur einen bis jetzt, ne? Ja, ja. Der andere rennt gerade wieder in die Hütte, was mir auch nicht so gefällt, aber na gut. Ah! Ah! Vorsicht! Der andere guckt ja gerade zu uns. Weg, weg, weg! Aus! Der Typ auf dem Auto hat nicht gerade böse angekuckt. Eigentlich, wenn ich gleich den Sniper ausschalte eben schnell... Oh, warte, da kommt der Vogel. Ich glaube, der kommt da. Wenn du... Ja, kannst ja schon mal da hingehen. Ja, dann schalte ich den Sniper aus. Und dann kannst du den Typen auf dem Auto... Versteh's? Ich komme ja aber nicht hoch ohne dich. Erstmal. Ach so. Da war ja was. Bereit, wenn du es bist. Du kannst dann wieder runter. Nur wenn ich dann den Sniper ausgeschaltet habe. Dann kannst du den Typen auf dem Auto plappen machen und die Bombe legen. Gehen wir weiter. Dankeschön. Wow! Ey, wie hat der mich denn jetzt so schnell gesehen, dieser Garage? Nein! Na, meine Leute, jetzt habt ihr Glück. Jetzt gibt's aber keinen Cut. Cut gibt es immer ab sechs Minuten. Falls wir dann failen in der sechs Minuten Reihe. Wird eine neue Reihe etabliert. Ja. So. Aber war nicht schlecht die Idee gerade. Das war dann, ne? Können wir mal versuchen, so zu machen. Ja, wir werden noch einige Versuche haben, um das rauszufinden. Ja. Ja, der Typ guckt dich da an. Ja. Jetzt kommt der ohneher. Jetzt schmeiß ich den mal in den Mülleimer. Ah, aber jetzt treff mal richtig. Du darfst nicht zu nah da stehen. Boah. Kannst die Toilettentür nicht aufmachen? Ich kann ja nicht hochheben. Mit welchen Taste geht das? Bereit, wenn du es bist. I? Hä? Hä? Wieso kann ich die Leiche nicht aufheben? Auch gut. Nee, weil du eh nicht das Spiel wies, dass du den nur wieder penetrieren willst. Ich will die Leiche schon verbraucht wegen dir. Deswegen wahrscheinlich. So, weil ich den eh mal kurz hingeschmissen hab. Na. Ja. So. Wievock. Hopp, hopp, hopp. Wird hier sonst noch was in die Luft fliegen? Ich bin jetzt vorsichtig da unten, da jetzt gleich wieder bei dir. Ich glaube, dass eine Autobahn... Ich habe den Aktenschrank gefunden. Ich suche ihn. Die CS-Agenten überein. Hoffen wir mal, dass die keine Auswehr schicken, um nach Überlebenden zu suchen. Das fehlt uns noch. Zum Glück liegen die Minen immer gleich. Ziel ist neutralisiert. Hau rein, Alter. Wo ist der andere? Wolltest du ihm mit hochhelfen? Ja, ja. Oh, Vorsicht. Eiga, doch dich! Warte. Ja, jetzt guck da weg. Komm, rett, 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 rett. Bereit, wenn du es bist, Briggs. Loll. Was denn los hier? Achso. Ich kann keine Aktion machen. Ich warte auf dich. In Bewegung bleiben. Ja, diese geballte Inpul... äh, Inkumpel... äh, Dingwins. Inkontinenz. Geistiger Art. So was hier mit meinem Kumpel guckt da wieder böse. Ja, er kommt. Das ist die Zeit, ne? Ich brauche auch erst ein bisschen Zeit. Weil ich muss die Laser ja auch noch machen. Jetzt denke ich ja mal dran, dass der da sitzt und guckt. Oh, da steht der andere Arsch. Ja, hallo. Hopp. So, hat das ja geflutscht, ey. Mach's gut. Oh, warte. Ich mach jetzt den Sniper weg. Ich mach jetzt den Sniper weg. So. Der ist erledigt. Ich kann ja so ein Seil rum. runterklettern, das ist ja geil. Ziel 1 erfüllt. Noch 2. Hm. Ach, kann man hier oben hingehen? Das war Fail. Ach, hier kommt man ja auch auf das Dach. Hey, sag mal. So, jetzt aber. So. Oh, da steht ein Wachmann. Warte. Hast du die Bombe schon gelegt? Wo lang läuft der Wachmann? Da lang, okay. Er geht jetzt. Ja, ich steppe natürlich voll in meinen Weg. Wenn er wegkommt, schleiche ich mich. Ich brauche nur in die linke Tür da hinten rein. Hier ist noch einer. Jetzt krieg ich Schiss. Nein. Boah, shit. Kann die sein. Leck mich. Meine Damen und Herren, wir sind bei 8 Minuten. Jetzt genau bei 9 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.